Hey fiese Pflanze, spür meine Melonenkraft! Ha? Na? Genug? Bitteschön! Tschüss! Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Yoshi's Island! Hier auf dem Katze-Kinder-Kanal, Folge 11. Und es geht weiter mit Dschungelfieber. Oh, klasse! Das klingt auch mal spannend und lustig zugleich. So, hier auf der linken Seite ist nichts und Dschungelfieber ist ein total verrücktes und buntes Level, weil hier sind so viele Affen unterwegs, hier sind so viele andere Gegner und vor allem ganz wichtig schaut euch mal an, was unter unseren Füßen ist. Ganz genau. Weiche Erde. Das heißt, wenn wir nicht aufpassen, wie wir unsere Eier werfen, kann es durchaus vorkommen, dass wir ein Loch auf dem Boden generieren, also machen. Generieren ist ein blödes Wort. Wir machen einfach ein Loch in den Boden und dann fallen wir unter Umständen durch, wenn wir nicht vorsichtig sind. Das heißt, hier ist nicht nur Vorsicht geboten, sondern auch ein klarer Verstand. Das heißt, wir müssen ganz genau wissen, wo wir unsere Eier hinwerfen und wie wir hier durchkommen. Das heißt, am besten Eier immer gerade werfen und nicht quer, denn sonst prallen sie irgendwo ab und dann machen sie unter Umständen noch den Boden kaputt. Ich sollte eigentlich einen Reim erfinden für diese ganzen Yoshi-Lieder. Ich glaube, es gibt kein anderes Spiel, wo ich so viel singe wie hier, oder? So, schön die ganzen Äffchen eingesammelt oder aufgegessen. Oh nein! Seht ihr, was das Äffchen gemacht hat? Hat einfach Yoshi genommen. Äh, ich meine Baby Mario. Ah, diese Affen. Was ist das für ein Affentheater hier? Also, da muss man wirklich gut aufpassen. Die Affen sind unberechenbar, wie schon oft gesagt. Und meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch das Video gefällt. Hinterlasst doch einen Aumen hoch und abonniert den Katze-Kinder-Kanal. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr große Fans von diesem Spiel seid und auf jeden Fall noch viel, viel mehr Yoshi-Spiele sehen möchtet. So, aber jetzt Konzentration. Hier müssen wir doch irgendwie durchkommen. Mann, Mann, Mann. Ist hier noch irgendetwas versteckt? Ich habe immer so die Befürchtung, dass ich vielleicht irgendwas verpassen könnte, was man so nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Zum Beispiel versteckte Wölkchen, die, ähm, besondere Dinge hinterlassen, wie zum Beispiel Blumen. Aber ich glaube, das sieht in dem Fall nicht so aus. Das heißt, wir gehen mal weiter und passen nicht hier gut auf, denn, wie man sehen konnte, hier sind auch schon Geister unterwegs. Und da oben ist eine Münze. Oh, das war jetzt versteckt. Haha. Wow, noch mehr Geister. Wow, ein Affe, der mich einfach anrempeln wollte. Und da oben ist noch eine Münze, die muss ich jetzt kurz holen. Am besten mit... Okay, ich habe sie geholt. Die eine Münze ist egal. Das ist eine normale Münze. So, da setze ich besser keine Stampfattacke ein. Das hatte ich kurz vor. Nein! Das war leider schlecht getimed von mir. Aber gut. So muss es sein. Es läuft ja wieder wie am Schnürchen. Okay. So, die Münze habe ich mit als Dorn noch geholt. Und ich glaube, den Abschnitt können wir jetzt gekonnt nach, ähm, ja, hinterlassen oder einfach... Ja, ihr wisst, was ich meine. Wir können jetzt einfach weiter. Und jetzt gibt es hier wieder ein kleines Affenproblem. Ganz viele Affen, die irgendetwas von uns wollen. Was genau? Keine Ahnung. Die wollen uns einfach nur stören. Nein. Nichts für ungut, ihr lieben Äffchen. Aber wir wollen hier einfach durchkommen, wisst ihr? Daher, lasst uns bitte in Ruhe. Wir tun euch nichts, wenn ihr uns nichts tut. So einfach lautet die Regel. Du tust mir nichts, dann tue ich dir auch nichts. Tust du mir aber etwas, dann, ähm, hat das Konsequenzen. Mein Lieber. Meine liebe Affenbande hier. Boah, hier muss man echt geschickt sein, denn ein Fehlgriff und man fällt hier runter. Das ist nicht gerade ungefährlich, wie man sehen kann. Ist hier noch etwas? Nein. Nur Abgrund. Also schon nicht ganz ohne der Bereich. Uah, 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 Stacheln, Stacheln, Stacheln. Die sollte man nicht unbedingt berühren. Nein, nein, nein. Das sieht nicht gut aus. So. Wow. Und? Oh, sehr gut. Die müssen habe ich bekommen ein Hoch auf das Eier werfen. Das ist so praktisch im Spiel. Und gibt's da was? Kann ich da nicht rein? Nein, schade. Die Rohr, das Rohr ist blockiert. Okay. Nicht schlimm. Jetzt hört wenigstens mal das komische Geräusch von diesen Karusselldingern auf. Das ist ja auch immer so ein bisschen nervig. So ganz halt dieses Und es fängt wieder an. Das Karussellgeräusch war kurz da. Ho, ho, ho. Ähm, okay, mehr scheint hier nicht zu sein. Ich habe immer so, ich weiß, das habe ich gerade eben schon gesagt, aber immer so ein bisschen die Befürchtung, dass ich was verpassen könnte, wenn ich nicht gründlich genug das Level absuche. Aber ich glaube, mehr gibt es hier an dieser Stelle zumindest nicht. So. Sehr schön. Da ist auf jeden Fall noch eine Blume und das sind rote Münzen, glaube ich. Ja? Ah, sehr gut. So war der Trick. Man kommt da, glaube ich, nicht mit einem Ei durch, sondern nur mit einer Melone. So. Und? Keine rote Münze hier. Egal. Dafür hier gibt es, dafür gibt es hier, meine ich, vier Stück an der Zahl. Nehmen wir alle mit. Wie sollte es anders sein? Und? Was habe ich hier Schönes? Natürlich eine Blume. Und auch die haben wir uns gesichert. So, dann lasst uns mal hier vorsichtig weiter. Aber wirklich vorsichtig. Denn sonst gibt es hier nochmal Ärger. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö sie... Ne, Quatsch. Sie sind erstmal grün. Dann werden sie gelb und dann rot. Wenn sie rot sind, heißt das, man kann sie mit einem Schlag bezwingen. Und die können schon hartnäckig sein. Vor allem ihre... ihre Reichweite mit diesen Schüssen kann manchmal etwas ärgerlich sein. So, mir fehlt noch eine Blume. Wo habe ich denn bitte eine Blume verpasst? Ein Blümchen. Entschuldigung, wir suchen ein Blümchen. Hat hier irgendjemand ein Blümchen gesehen? Hallo, hallo, hallo. Hier kommt der Blumenexpress. Ich suche eine Blume. Ist hier vielleicht unten etwas versteckt? Oh, ein Bonuslevel! Vielleicht ist hier eine Blume? Ich weiß es gar nicht. Ist hier eine Blume versteckt? Das ist auf jeden Fall was versteckt. Ist ein Block. Okay, mal sehen, was passiert. Jetzt heißt es aber schnell sein. Denn nur wer schnell ist, wird es hier schaffen. Aber im Grunde genommen verschwinden die Münzen jetzt, oder? Ah, ne, sie verschwinden nicht. Ach, nur die roten Blöcke sind verschwunden. Ich dachte, dass die Münzen auch mit verschwinden. Ja, dann müssen wir uns gar nicht beeilen. Dann haben wir ja unendlich viel Zeit. So, jetzt gibt es hier nur normale Münzen. Wir haben ja schon alle roten Münzen. Aber wenn wir schon alle roten Münzen haben, dann können wir uns ja glücklich schützen. Oder? Oder? Okay. Oh, ein extra Leben! Ha! Stehen geblieben! Polizei! Polizei! Wow! So. Ah, pure Action hier mit unserem lieben Yoshi. Mann, Mann, Mann. Also solche Bonuslevels sind schon echt gut, weil man da so viele Münzen sammeln kann. Und ihr wisst ja, 100 Münzen ergeben ein Leben. Und noch ein extra Leben, ein extra Leben. Erwischt. Perfekt. So muss das sein. So, wie lang ist denn das Bonuslevel noch? Das zieht sich ja ein bisschen gefühlt, oder? Das ist echt irgendwie ziemlich lang hier. So, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir können das Bonuslevel verlassen. Danke. War auch lang genug, würde ich mal sagen. Und zurück im Chaos. So, mein lieber Yoshi. Du alter Nasenbohrer. Komm. Lass uns mal weiter. Hoch mit uns. Und vorsichtig. So. Und Melonen-Action. So, wo seid ihr, kleinen Racker denn, hä? Wow, 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 wow. Oh, ziemlich fies. Aber jetzt gibt es Melonen. Kerne. Nochmal seine fiese Pflanze. Hey, fiese Pflanze, spür meine Melonenkraft. Hä? Na? Genug? Bitteschön. Tschüss. Ah, diese Pflanzen. Die haben auch keine Chance gegen Yoshi. Oh, oh. Kleine, fiese Äffchen. Weg mit euch. Ihr seid fies. Husch, husch. Oh, die hören gar nicht mehr auf. Wow, 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 wow. Weg mit euch. Oh, wir haben diese Wolke leider nicht erwischt. Schade. So, jetzt hoch mit da, hoch damit. Da waren nur Münzen drin, weil wir ja schon 100% haben, bis auf eine Blume. Die fehlt uns noch. Aber ich schätze mal, dass die Blume noch kommt. Wäre zumindest komisch, wenn diese nicht mehr kommen sollte. Weil sonst haben wir ein kleines Problemchen, möchte ich mal sagen, ne? Okay. Jetzt gibt es hier Affen mit Raketen. Wow, ganz viele Affen mit Raketen. Hilfe! So, was ist das? Hier gibt es Münzen. Okay, toll, alles toll. Und wo ist die Blume? Hallo, hat jemand eine Blume gesehen? Toll. Da ist die Blume! Ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen. Habt ihr sie auch gesehen? Da ist die letzte Blume. So, hier. Haben wir dich! Wir haben alles geschafft. Jetzt müssen wir hier nur noch unversehrt rauskommen. Vorbei an den ganzen Affen. Und dann können wir das Level auch wirklich mit 100% abschließen. Und uns richtig freuen. Wie ein echter Birk-Birk. Wisst ihr, wen ich mit Birk-Birk meine? Wenn ihr nicht wisst, wer Birk-Birk ist, dann schaut euch die letzte Folge an. Und alle, die die letzte Folge gesehen haben, schreibt doch mal in die Kommentare, wer Birk-Birk ist. Oder habt ihr schon vergessen? Bonus-Level! Wie spiel ein Bonus-Level. Bonus-Level sind richtig toll. Da kann man so viel bekommen. Entweder tolle oder eine Vielzahl an Leben. Aber auch tolle Items. Memory. Jede Karte gibst zweimal. Finde beide und du bekommst einen Gegenstand. Du kannst so lange spielen, bis du zweimal daneben gelegen hast. Okay, okay. Memory. Kennt jeder von uns? Jeder hat schon mal Memory gespielt. Wir decken alle Karten auf. Merkt euch bitte alle Karten jetzt. Alle Karten merken. Mal gucken, wie viele Paare ihr richtig zuordnen könnt. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob ich es auch schaffen werde. So, das habe ich mir auf jeden Fall schon mal gemerkt. Weil, warum Sterne? Weil Sterne sind für mich so das Wichtigste. Wobei das, glaube ich, auch nicht so wichtig ist, was man sich merkt. Hauptsache, man merkt sich alles. Weil am Ende kann man, wenn man alles richtig macht, zehn Leben bekommt. Zehn Stück? Überlegt mal, wie toll das ist. So. Das läuft ja schon mal wie am Schnürchen hier, muss ich sagen. Ich bin hier der kleine Memory-Meister. Ja, ich bin doch ziemlich gut. Okay. Und, sehr gut. Ha. Und damit habe ich noch zwei Paare offen. Das sollte jetzt eigentlich auch kein Problem mehr darstellen. Das war jetzt ein Fehler. Ich muss zugeben, ja. Ich dachte, ich komme jetzt ohne etwas zu sagen durch. Ich muss zugeben, ich habe mir zwar alle Karten gemerkt. Also, was heißt alle? Ich habe mir viele Karten gemerkt, aber die letzten zwei Paare, die... Da hatte ich jetzt einfach Pech. Das war 50-50. Entweder ich decke richtige Karten auf oder nicht. Aber, am Ende, ihr könnt sehen, gibt es zehn Leben für uns. Weil man darf ja einen Fehler machen. Und, wir können uns glücklich schätzen. Schönes Geräusch. So, dann lasst uns mal in das nächste Level. Der braune Yoshi wartet schon auf uns. Er möchte jetzt auch mal wieder ein Level spielen. Und, wow, das ist das Level, in dem es ganz viele Igel gibt. Igel. Mögt ihr Igel? Habt ihr schon mal einen echten Igel gesehen? Den kann man vor allem im Herbst sehen. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's. Die Igel-Action. So, in dem Level gibt es zwei Eingänge. Ich weiß nicht, einen Eingang sollte man vorher nehmen. Ich gehe jetzt mal den unteren. Auch wenn der, glaube ich, offensichtlicher ist. Oder ist der obere offensichtlicher? Also irgendeiner. Oh, schaut mal, eine Feuermelone. Ha, die nehmen wir mit. Die Feuermelone ist wichtig, damit wir gegen diese Igel ankommen können. Denn die Igel kann man nur mit der Feuermelone besiegen. Vielleicht auch mit der Eismelone, ich glaube schon, aber die hat man theoretisch nie. Die hat man nur, wenn man sie als Item aus dem Startmenü einsetzt. So, und natürlich, ihr könnt es hören, habt schon gesehen, hier gibt es super viele Mäuse in dem Level. Die Mäuse, die quietschen die ganze Zeit so. Biek, 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 biek. Wie findet ihr eigentlich die Mäuse? Sagt der, hey, echt süß, echt putzig, finde ich toll? Oder sagt der, nee, die Nerven und, oh nee, oh nee, vielleicht sagt er die ganze Zeit, oh nee, nicht schon wieder die Mäuse. Nein, Baby Mario! Oh man, diese Maus ist auch echt fies, dass sie mir das einfach so wegnimmt. Diese Mäuschen sind echt Mäuschen. Ich meine, echt fies. Ach, ihr wisst schon. Ach ja, ich bin so ein richtiger Meistersänger. So, rein mit uns. Was gibt es jetzt hier Schönes? Eine Blume erst einmal. Das ist auch schon mal ein guter Start, denn Blumen sind super duper richtig. Geheimnisvoll. So. Achtung, Achtung. Oh, ich will diese Blume mit einem Ei füttern. Komm schon. Das muss doch irgendwann funktionieren, oder? Kann ich so schlecht werfen? Jetzt. Ha. Sehr gut erwischt. Jetzt gibt es ganz viele Sternenkinder. Ganz viele Sternenkinder. Sternenkinder. Ganz viele Sternenkinder. So, Achtung, Achtung, Achtung. Ja, ein Igel, ein Igel, ein Igel. Achtung, die können sich groß machen, wenn man sie überrascht. Das ist sozusagen ihre Verteidigung. Jedes Tier hat so eine Art und Weise, wie es sich verteidigt im Notfall. Manche rennen weg, manche setzen Stacheln ein oder was auch immer oder tarnen sich und so ein Igel kann sich einfach groß machen und sich aufplustern. So, schaut mal, da plustert sich ein Igel auf. So, hey, komm, plustert dich auf, aber verbrannt. Einfach so verbrannt. Ja, Yoshi, du bist fies. Aber, ich meine, was sollen wir tun? Geht eben nicht anders. Manchmal muss man eben zu Mitteln greifen, die nicht gerade sehr schön sind. Zumindest alles in Videospielen. So. Quick, 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 Dieses süße quick, quick Geräusch. Tja, was bringt uns eigentlich dieser Stein hier? Brauchen wir den überhaupt? Ich glaube schon. Um da hoch zu kommen. Ja, hier brauchen wir den Stein. Ohne Stein würden wir hier niemals hochkommen. Niemals. Never ever. Und jetzt gibt es hier wieder Schallgas aus der Röhre. So, wo fangen wir an? Wir gehen erstmal da hoch. Wir brauchen erstmal eine Sonnenblume. Sonnenblumen können echt praktisch sein. Stellt euch jetzt mal vor, das ist eine total komische Frage, dass es in echt auch so große Sonnenblumen gibt, auf denen man rumklettern könnte. Könnt ihr euch das vorstellen? Eigentlich sollte man mal ein Bild zeichnen von einer Sonnenblume mit ganz vielen Menschen, die auf diese Sonnenblume hochklettern. Und ganz oben gibt es, weiß ich nicht, kann man sich dann ausdenken. Da kann jeder eigens kreativ werden. Aber jetzt heißt es erstmal Maulwurf-Action. Denn wir wollen uns zu der Blume graben. Nicht nur zu der Blume, hier gibt es natürlich noch viel mehr zu entdecken. Die Frage ist, was? Wir finden das heraus. Sonst wären wir ja nicht umsonst. Der will, Yoshi. Wah, wah, wah. Oh nein, meine Zeit, meine Zeit. Ha. Na gut, richtig knapp war das an dieser Stelle nicht, aber wenn die Zeit läuft, dann sollte man sich trotzdem beeilen. Ach, diese Laternenfreunde sind auch immer echt toll. Laternenfreunde. Poink. Und ein Sternkreis. Nehmen wir mit. Und, ist das die letzte Blume schon? Nein, war noch nicht die letzte Blume. Blume. So, was haben wir hier? Wir haben alle Münzen, aber haben wir auch alle Sterne? Ne, Blume. Uns fehlt noch eine Blume. Ist die da unten vielleicht? Hallo, hallo, hallo? Vielleicht hier in der Röhre? Wow. Ja, da ist die Blume. Und ein extra Level. Es wird ganz viel eingesammelt. Münzen. Wow, hier können wir extrem viele Münzen sammeln. Und gleich nochmal drauf. Oder kommen wir durch? Wisst ihr was? Ich glaube, ich hätte es mal aktivieren sollen. Aber sonst fällt der Schalter runter, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, der Schalter ist runtergefallen. Toll, Pustekuchen. Toll, toll, toll. Aber, abgesehen davon, haben wir jetzt alles. Ein, 100%. Raus mit uns. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch dieses sagenumwobene Level abschließen. Hilfe, ein Igel. Und wie ihr sehen könnt, mit Eiern funktioniert das gar nicht, sondern nur mit Feuerkraft. Perfekt. Und rein mit uns. Und hier drinnen gibt es gar nichts. Denn jetzt sind wir draußen und nicht mehr drin. Und da ist auch schon das Ziel, oder? Ach ne, Moment, es gibt noch ein paar Bonus-Sachen hier im Spiel. Zumindest in dem Level, die wir noch einsammeln können, bevor wir das Level verlassen. Weil immerhin, ich möchte es noch mal sagen, 100% haben wir ja schon. Aber hier gibt es noch etwas und das wollen wir uns mal genauer ansehen. Das heißt, wir klettern hier hoch und schauen uns das Ganze an. Mit der Stampfattacke, so als kleiner Tipp, könnt ihr dazu, könnt ihr die Blume dazu bringen, gleich mehrere Eier auf einmal auszuspucken. Ja, und wo ist jetzt der geheime Schalter für die Münzen? Also das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ja, hier ist das Ziel, toll. Ähm, nochmal zurück. Wo ist der geheime Schalter? Hallo? Ähm, Entschuldigung, geheimer Schalter, wo sind Sie? Wo haben Sie sich bitte versteckt? Können Sie mal bitte kurz Ihr wahres Gesicht zeigen? Entschuldigung, Herr Schalter. Herr Schalter, allein die Bezeichnung. Hallo, Herr Schalter. Hallo, mein Name ist Herr Schalter. Ähm, hier dann irgendwo? Aha! Da ist Herr Schalter. Und jetzt gibt es ganz viele Münzen. Feldnismäßig viele zumindest. So, Moment. Aha, ja, 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 jetzt habe ich leider ein paar verpasst. Aber gar nicht so viele, nur fünf habe ich verpasst. Okay, ins Ziel mit uns. Hier, bitteschön, roter Yoshi. Oder dunkelrot, oder weinfarbner Yoshi, wie auch immer. Bonus Level, ha! Yes! Super! Wir kommen ins Bonus Level. 30, 20 und 50. 100 Punkte. Yeah! Highscore geknackt. Okay, was heißt geknackt? Wir haben erst eingesetzt, aber das ist auch schon die Höchstpunktzahl für uns. Memory, jede Karte gibt es zweimal. Okay, das muss nicht nochmal erklärt werden. Das kennen wir ja bereits. Okay, das heißt, konzentriert uns, äh, konzentriert euch, wir spielen jetzt gemeinsam Memory. Also spielt gleich mit, versucht auch so viele wie möglich aufzudecken. Die grüne Melone ist ziemlich einfach, die roten eigentlich auch. Okay, da, oh, Fragezeichen, Wölkchen und Powerblock. Oh Gott, 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 mehr findet. Eigentlich kann man es auch gleich, eigentlich ist es egal. Hauptsache, wir kriegen das irgendwie hin. So, jetzt nächster Schritt, grüne Melone, war genau daneben, von daher kein Problem. Okay, jetzt, was noch? Die 20, oh Gott, wo war die 20? Sehr gut. Okay, und nächster Schritt, Powerblock. Tja, den Powerblock habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Da waren die 10. Schade, 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 schade. Egal. Das heißt, oben 10, danach kommt der Powerblock. Was ist da unten? Die Fragezeichenwolke, die war doch hier, oder? Ja. Okay, dann schaffen wir es Donnoch. Dennoch, meine ich. Donnoch. Powerblock, genau, das war hier in der Mitte. Und damit kriegen wir wieder 10 Leben. Wir haben es geschafft. Schaut mal, wie viele Leben wir jetzt haben. 136. Und danach haben wir mit den 10 extra 146 Leben. Jetzt wird dazu gerechnet. 8, 9, 140, 41, 42, 43, 44, 45 und 46. 100, 46 extra Leben für uns. Nicht schlecht, Herr Specht, sage ich mal, oder? Meine Lieben, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke fürs Zusehen. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge von Yoshi's Island. Rechts oben gibt es einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzen-Symbol, wo der rote Pfeil zeigt und dann auf Abonnieren. Würde mich sehr, sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Mämm!